Wir hoffen, dass Sie mit der Bearbeitung des Kurses neue Impulse für Ihre eigene Arbeit bekommen haben. Auch wenn dies das Outro-Video ist, ist jetzt allerdings nicht wirklich Schluss. Wir stellen Ihnen in diesem Kapitel nämlich noch Möglichkeiten vor, wie Sie jetzt noch weitermachen können. Wir haben Ihnen mit diesem Kurs eine Art Starter-Kit angeboten für einen niedrigschwelligen Einstieg in eine veränderte Lernkultur mit digitalen Medien. Dabei haben Sie kennengelernt, was diese veränderte Lernkultur ausmacht, wie sich Ihre Rolle als Lehrkraft und auch die Rolle Ihrer Lernenden verändert und wie die vorgestellten Tools diesen Wandel unterstützen können. Da dieser Wandel immer weitergeht und es noch viele weitere Web-Tools gibt, die Sie kollaborativ, kommunikativ, kreativ und kritisch einsetzen können, war es uns wichtig, Ihnen mit dem letzten Kapitel Möglichkeiten vorzustellen, wie Sie weitere Web-Tools entdecken, bewerten und nutzen können, die für Ihren Unterricht wichtig sind. Los geht's!